moin moin und herzlich willkommen zurück zu raft wir sind hier immer noch in tangaroa und wir sind gerade wie so eine katze die hier nicht wieder runter kommt jetzt warten wir auf die feuerwehr bis die uns hier hilft nichts runterfallen weil ich momentan wirklich keine ahnung habe ich versuche mal diesen weg vielleicht hier auf das dach miau miau wir haben es geschafft miau wir sind unten okay jetzt wo ist die agonische maid wir wollten einmal noch mal abladen so dürfen wir jetzt noch einmal hier drum herum gehen unser schiff besuchen aber wenn wir wirklich mal wieder holz brauchen oder unser schiff irgendwann vielleicht sogar vergrößern wollen wir gehen hier hier sind so viele bäume wo ist jetzt unser schiff ich glaube hier gibt es nur fünf eingänge da sind da ist unser schiff vielleicht sollten wir ein kleines bisschen vorfahren und dann gehen wir gleich runter zur plantation ja wir gehen gleich direkt runter zur plantation von hier aus da ist bruce einmal wieder zwischen lagern alles so was können wir hier reinpacken da reinpacken wir haben davon das ist ja schon fertiges pulver dann kann das hier rein da können wir gleich mal auf den grill schmeißen nee warte packen wir doch erstmal hier hin ja und wir haben erdbeer kolora aber erdbeer kolora schon als rezept ich glaube erdbeer kolora haben wir noch nicht erdbeer kolora haben wir schon dann ab in müll damit so russ nein 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 das war nicht mal zu spät aber egal so ok dann können wir jetzt noch mal trinken da geht es noch nicht weiter das schieben wir mal ein bisschen weiter vor weil wir das sperr nicht mehr haben mit halb wir haben noch ein metallfeil ok auch schon durch hier noch mal ist das hier richtig ja so und dann zur plantation war glaube ich hier die ganze geradeaus und dann hier geradeaus wir müssten jetzt glaube ich auch kleber und genau sechs stück haben das müsste dann wahrscheinlich reichen für die nächsten beiden türen also ich weiß nicht ob das zwei türen sein müssen aber für einen mindestens auf jeden fall ja komm hoch so boah das war jetzt knapp ah verdammt hier müsste noch irgendwo wahrscheinlich so was sein ah ne wir haben jetzt da auch okay hier sind nochmal zwei türen und noch mehr bananen ok so und nein aber ich dachte schon nochmal strott planken planken und stoff brauchen wir nicht klebeband nein nein au okay das da haben wir jetzt offen ouch okay und jo wir müssen nochmal hoch noch mehr klebe wahrscheinlich finden und noch mehr bananen also so geht es auch okay okay ich gehe von aus dass wir hier nein nochmal sechs klebeband brauchen soo wenn wir zum elevator hier kommen ne ne hier waren wir falsch ouch okay dann gehen wir hier nochmal hoch so haben wir geschafft überlebt also dann müssen wir wahrscheinlich oben noch mehr häuser absuchen so die frage ist welche müssen wir noch ich glaube das war das was noch fehlt ja den müssen wir auf jeden Fall runter holen damit wir hier wieder hoch müssen nicht erkennen ich glaube das ist der mit dem 6 und 8 oder ja das ist der dann schauen wir mal wie wir hier weiter kommen vorankommen so da lang hier ist die terrasse hier ist die terrasse so und nein und hier kommen wir ja nicht rein ich glaube das müssen wir ein paar mal üben so und nochmal 0 1 2 3 4 5 6 7 die 8 müsste da sein die ist falsch oder ne die müsste da sein die 8 die ist definitiv falsch ist mir grad so aufgefallen so und nein wo ist die Bank hin das war's Exterior Lane Exterior Lane Exterior Lane so nochmal irgendwie müssen wir da doch hochkommen immerhin gibt es schöne fahrstuhlmusik das gefällt mir auf jeden fall und noch ein versuch ok speichert und nein oh komm doch es gibt da nicht mal irgendwie eine möglichkeit das vernünftige hoch egal wir gehen dann erst mal weiter das war haus nummer 8 glaube ich oder 2 aus 2 war das schauen wir mal welche noch fehlt das da könnte man auch da irgendwas machen genau haus nummer 3 ich finde schön dass die stimmen haben so aber hier gibt es glaube ich keine tür oder geht doch kaputt keine ahnung wieviel schlüsse karten jetzt hier noch eine kunststoff gut dann gehen wir hier hier geht nur bis 8 so unsere waffen werden auch langsam immer weniger sage ich jetzt mal hier gibt es nur diese eine wohnung sage ich jetzt mal da ist nix ich würde die ganzen schalen hier mitnehmen ganze geschirrbesteck ah geil eine wassermelone okay die planken hier geht es weiter nach oben okay aber wir haben den rest der wohnung noch nicht erkundet wie das hier zum beispiel klebeband und zweimal glas ein bolzen und es gibt hier diese münzen also wie wir festgestellt haben hier da jetzt haben wir drei die wollte ich jetzt suchen und noch mal klebeband nice ach so dass wir die tür okay dann gehen wir mal hier hoch da war es ich glaube die möwen kommen hier nicht weit ich glaube die kommen hier nicht mal rein so hier haben wir wieder schrott nice kann ich da einfach rüber springen oder das wird eine herausforderung wenn das so ist wie ich denke dass es ist nein okay aber hier unten war der glaube ich der eingang und der lebt schon wieder du bleibst bitte draußen ja okay der bleibt draußen komm rein ja okay gut dann können wir jetzt hier nochmal noch einen versuch schaffen versuchen ja starten meine ich so und da war das okay dieses mal hat es geklappt mal gucken was es hier sonst noch gibt und es hat geklappt alter wie geil was stand da was für ein erfolg haben wir jetzt habe ich den erfolg nicht gelesen aber egal wir haben das geschafft so was habe ich hier alles noch mal erbärsamen keine ahnung wo ich die jetzt her habe das wollte ich jetzt nicht herstellen wir könnten aber gleich hier das auch noch mal versuchen herzustellen sobald wir sobald wir auf dem schiff sind können wir das mal herstellen warum auf einmal so dunkel hier ist noch mal schrott okay ich glaube wir müssen da drauf ah geil hier nice so welche hütte fehlt uns noch okay hier war das wo wir nicht rein konnten da waren wir gerade drinnen hier waren wir auch schon wo wir nicht rein können hier waren wir schon das war das glaube ich mit genau mit etage 4 hier 1 können wir ja nicht 1 2 3 haben wir hier 6 6 können wir nicht nein bitte weg es sind corona oder es war corona bitte abstand halten ja bitte abstand halten ja oh der kommt an mich ran dachte der konnte jetzt nicht an mich ran so wir werden gleich wieder was zu trinken brauchen nein bitte weg abstand halten und da schon der nächste so hier wollen wir rein ok hier geht auch 8 ok hier geht auch 8 so ah 2 räume wieder nice fangen wir diesmal hier an hier ist jetzt aber kein doch hier ein ouch ok aber immerhin wir kriegen sein fleisch und da liegt geld ich hätte jetzt gerne wieder ein paar hinweise hier geht auch da ist aber nichts und wir haben wieder 3 nice es fehlen da nur noch 3 oder wir haben 3 klebeband ok und 3 fehlen noch ich gehe davon aus dass es irgendwo hier sein soll oh wir hätten hier nicht rüber springen müssen wir hätten auch so hier rüber gekonnt so und so hier die geld nice es lebt hier ja auch keiner mehr der es vermissen könnte da kümmern wir uns gleich drum was zur hölle ist denn das ist das ein fenster wo man sich das rohr schafter ansehen kann wieso haben die gleich zwei terrassen ich bin eifersüchtig also balkone meine ich die haben zwei balkone einfach ok nochmal eine münze nice kein klebeband doch hier zwei klebeband fehlen noch ruckel den speicher und so nächste etage wo ich nicht hoch also reinkomme ah aber hier hin müssen wir ok was bringt es jetzt mit mir hier oben zu sein gibt es die klebeband gibt es hier irgendwas ok ok wofür jetzt der weg hier hoch wenn es hier eh nix gibt es oder nix bringt hier hoch zu gehen hier oben zu sein ja genau so dann haben wir jetzt insgesamt vier klebeband wo wir noch zwei brauchen werden dann suchen wir mal die nächsten hütten wo wir noch nicht waren so irgendwo muss es ja noch einen eingang geben so da haben wir die vier da können wir aber nicht rein da die fünf die fünf die fehlt uns noch so wie viele spielskarten haben wir warte das war die falsche taste eine haben wir noch hier geht es auch wieder nach 8 0 1 2 3 4 5 6 7 8 hier wäre so rum passend richtig 1 2 3 4 5 6 7 so nicht das ist ja komisch wo die das immer platziert haben die zahlen ok ein klebeband brauchen wir noch hier haben wir noch mal geld oder klavier will ich haben wir holen unser klavier auf jeden fall wir holen unser klavier auf jeden fall so so da ist ein locker drin so jo geht kaputt so jetzt haben wir den boah jetzt müssten wir äh 8 haben oder ja wir haben 8 für das klavier nice und wir haben das letzte klebeband jetzt haben wir sogar 9 und die frage die ich mir jetzt stelle ist kann man hier öfters mal vorbeikommen dann tauchen die Münzen wieder auf 10 haben wir jetzt äh spawnen die Münzen wieder neu ok oder gibt es hier noch andere möglichkeiten an Münzen zu kommen was das haben wir hier alle durch wir haben hier jetzt 6 klebeband rollen das müsste alles reichen passen hier war auch glaube ich nichts mehr ok dann gehen wir wieder runter wir haben wieder Durst wie ich sehe so wo hatten wir jetzt die Verkaufsautomaten irgendwo da hinten glaube ich hier da an dem ding ja natürlich der läuft uns wieder hinterher woher sagt äh wappala ne das wollte ich jetzt nicht äh zurück zum spiel das war jetzt ein versehen ich wollte eigentlich nur auf Tab drücken Platz haben wir noch so Klavier war ja hier so da haben wir es hier können wir nur essen und trinken holen mhm mhm wenn dann würde ich eher das da holen für 5 Münzen die wir nicht haben die haben wir nicht ok dann würde ich sagen wir gehen jetzt einmal zurück aufs Schiff laden das alles ab was wir haben bitte weg hallo hallo so besser da haben was so nice wo ist bruce äh hoppla genau wieso komme ich jetzt nicht rein da ist bruce so dann können wir hier nochmal alles abladen abladen so und nochmal sortieren dann können wir hier rein packen so 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 warte die Wasserminonen können wir hier rein packen ne falsche hier dann müssen wir mal anders sortieren so machen wir erstmal wir machen das erstmal so ich glaub gelb fehlt uns noch für hier hier brauchen wir nichts rein packen hier auch nichts so ach schrott müssen wir noch da haben wir keinen platz mehr dann schmeiß mir die steine weg und dafür Pinien zappen können wir eigentlich stattdessen hier hinsetzen also hier zum samen rein vielleicht können wir Pinien äh anpflanzen jau dann packen wir das hier mal weg ne machen wir mal anders kommt das dann hier hin so dann kann das meinen Weg dahin und das kann hier hin joa können wir auch Musik spielen äh Shift-Octave und Space-Lower ach so mit so ah ok wir können hier Musik spielen lernen 7 6 7 3 5 6 warte mal das will ich jetzt mal ausprobieren äh so 7 6 7 3 5 6 ne warte nochmal falsch ne ne ok egal das machen wir mal ein andermal ja ja aber das werden wir das werden wir auf jeden Fall nochmal üben und vielen Dank dass ihr wieder mit dabei warst in der nächsten Folge gehen wir jetzt in die Plantage da unten ich bin's ich bin's euer Max Deus und tschau nicht so ich bin's euer Max ich bin's euer Max ich bin's euer Max Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018